Ja, wie kann die Leute ja nicht einfach mit dem Essen essen? Ja, das ist aber schon ein Fehler. Das würde jetzt auch Sprecher einlassen. Alex, hast du Bock da jetzt zu spielen? Äh, Alex ist jetzt erst zu essen. Das ist schon okay. Aber ansonsten hat er heute Bock, ja? Und Alex zu sehen muss man auch so. Ja, komm. Cheap. Geh ich halt auch mal. Komm, ziehen wir durch die Wildcard, oder? Womp. No response. So! Ich schick das. Ich schick das. Ziel. Das habe ich befürchtet. Ich habe zwei so Teche. Das ist ein Teche. Das ist schmerzvoll. Das ist kein Teche. Das ist ein Teche. Das ist kein Teche. Scheißegal! Das ist ein Teche. Das ist ein Teche. Das ist ein Stifel, Stätige, die Waschneru, das ist ein Force of Will, ne? Interessant. Roten Insel, Nochu, Homme, Neblicher Regenwald, unangenehm, unangenehm, die Force. Und, ähm, Neblicher Regenwald, unangenehm, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Wie ist dein Name? Christoph. Mude. Doch. Nein, du schießt mit dem Arbeitskollegen von mir. Der heißt rein, Mude. Also, man könnte euch nehmen an anderen Stelle, glaube ich. Ich hoffe, dass es kein Fühl auf dem Fall ist. Ihr könnt euch früher sein, oder? Seck für ein schwarzes. Was nimmst du? Reanimate. Ich halte den Krisen. Ich geh auf 12. Und zahl sieben Leben. Und zieh sie. Ich habe immer noch ein paar Sachen. Ja, ja, klar. Ich sage nur eine. Ich sage nur eine. Ich sage nur eine. Nein, es sind alle hier. Nein, es sind alle hier. Nein, es sind alle hier. Jetzt sind wir auch eine. Ich sage nur eine. Nein, es sind alle hier. Ich sage nur eine. Ich sage nur eine. Ich sage nur eine. Und dann Unmask, Pitching, Sire of Insanity, Ponder. Und dann bist du. Go. Ihr müsst doch räucheln, auch vielleicht Schelzen lenken. Attack? Sie will in meine Fresse. Ja. Ich krieg sie. Der stellt sie gerne. Ja. Gleichschelzen halten. Dann... Ein Typ. Da muss sie wahrscheinlich reagieren. Ihr wird kein Fetschen gehen. Ja. 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 Dann ist das in den Tumenbanken auch noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Trick 8. E-TB. 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 Dann geht der. Und dann D-Mask Pitching Animate Dead. Äh, Unmask, Entschuldigung. Ähm, Brainsome. Und dann gehe ich ab? Noch einmal, noch einmal. Ja, der Draw Seven mit dem Driesel wäre eigentlich noch schlauer gewesen, als Diatraxa zu enttunmen. Hätte ich auch im Leben nicht so viel. Sosen hatte ich ja vor allem schon. Ja, ja, deswegen. Das war irgendwie kaum mehr. Fangen wir mal an in das zweite Game. Ich gebe auf. Neu Legendary ist Schauer in Ordnung. Die VIP-Tickets gibt es, aber die Premium-Sachen sind aus. Du musst jetzt Geld ausgeben. Äh, die Premium? Premium Weekend ist aus. Ach, das ist aber gut, das ist ja Premium-Wochenende. Ja. Ja, das andere ist halt, das ist ja mehr als Premium-Wochen-Sachen. Äh, Lepgo. Kann man auch so richtig umsetzen? Zu spät, der geht. Oder wie? Äh, die kennen wir schon, Lepsch. Lepsch. Ich kenne noch eine Feinde. Ähm, ich kenne mich auch ein Feind. Das Kauf schon. Ja, Lepsch. 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 Ich bin schon für Legendary entschieden. Ähhh. Tu's nicht, Tobi. Nicht jedes Geld muss man verbrennen. Das bringt mir doch. Den der Tat macht. Ja, den er auch nicht mitnimmt und gleich wieder versteren bekommt. Dann gehe ich in meinen Zip. Ja, du hast einen Rucksack dran und dann schlussst du, der Bag, ich hab mir die Ahnung, was der Bag ist. Bei einem Bag, Pack, weiß ich nicht. Weil ich hab DayZ gespielt. Ja, ja, du kommst an die gleichen Orte rein. Bei Black Lotus kriegst du noch eine VIP-Area auf dich, irgendwie nicht so Premium und du hast halt keine Getränke flat in der VIP-Area, also ist es eh scheißegal. Schöne Karte. Für Steffi. Schöne Karte. Und dann? Bist du dann? Strudel. Mockisch. Mir wurscht. Ich geh auch schon von dem Trigger 19 und dann geh ich strudeln. Hier. Das ist jetzt genau das, was ich handelt erziehe, ich möchte ehrlich sein. Dann wird der mal größer. Ja, und du kriegst noch drei. Ich bestellte hier leider ebenfalls. Dann hab ich einen Fettschrank. Fettschrank. Ja, und du. Faceless Looting. Dann komm ich für fünf. Und go. Dann gegen auf zehn. Ja. 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 Du kannst hässlicher T-Shirt kaufen, Tobi. Oh ja, ein Match für 15 Prozent. Ja, vielleicht ist er in Germany Hura-Hagel. Aber die haben sicher mal ein schönes Lobo auf der Mütze. Ja. 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 Nichts davon ist Vortrag. Das hält nicht so, wie 5 Prozent Abweichung hast. Soll du mich einen eigenen Coffeeshop oder so vor Ort haben? Ja, kann ich auch nicht machen. Aber schauen wir, dass deine Autos sind was zu machen. Dann einen für dich. Er geht auf fünf. Das ist doch heute im Jahr. Das habe ich eh so gut. Es gab ja keine Klamotten, oder? Ach so. Als wäre ein Orkenspur-Master gut, ne? Merkwürdig, ja. Ja, ich habe auch schon, Tobi. Ich habe schon kalkuliert. Ich glaube, ich muss an Klamotten einpacken. Vier Unterhosen und zwei T-Shirts, weil ich nur zwei bestellt habe, die ich vor Ort kriege. So, ziehst du es auf dich? Ja, natürlich. Ja. Mein eines Ziel. Und dann komme ich für sechs. Jetzt gehe ich auf drei. Und du? Äh, bin ich tot. Ja. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal den Festschbaum machen.